Die Erde. Unser Planet ist in Gefahr. Was, wenn durch eine Naturkatastrophe oder durch Umweltzerstörung das Leben auf unserem Himmelskörper unmöglich wird? Wo sollen wir dann leben? Basil Singer. Physiker und Roboter-Konstrukteur. Er nimmt diese Frage ernst. Er begibt sich auf die Suche nach einer neuen Heimat für die Menschheit. Versuch das mal mit einem Raumanzug. Mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Abenteuerlust will er herausfinden, wo der Weltraum sonst noch bewohnbar wäre. Und wie Raumfahrtpioniere dorthin gelangen könnten. Vier Astronauten wagen die gefährlichste Reise ihres Lebens. Rund 40 Millionen Kilometer liegen vor ihnen. Unvorstellbare Hitze und ein gefährlich hoher Luftdruck erwarten sie. Das Ziel, die Venus. Ist diese Science-Fiction wirklich nur Fiktion? Genau das will ich herausfinden. Ich bereite mich auf eine Mission zur Venus vor. Dem Nachbarn der Erde. Ich werde von Weltraumforschern unterstützt, die wissen, wie so ein Unternehmen funktionieren könnte. Die praktische Versuche durchführen und überzeugt sind, dass solche Flüge in Zukunft stattfinden werden. Die besser die Luft anhalten. Die Venus ist etwas kleiner als die Erde und wird deshalb oft als Schwesterplanet bezeichnet. Als irdisches Paradies kann man die Venus jedoch kaum bezeichnen. Höllenfeuer trifft es schon eher. Die Venus ist unglaublich heiß und trocken. Als hätte man die Erde gebacken und alle Feuchtigkeit wäre verdampft. Die Niederschläge sind hoch sauer, der Luftdruck gewaltig und die Hitze tötet alles. Ein bemannter Flug zu Venus wird nicht leicht. Das ist mein Kontrollraum. Von hier aus plane ich die Mission. Wären wir schon vor einer Ewigkeit gestartet, wäre es viel leichter gewesen. Die Venus war wie die Erde, mit einem ähnlichen Klima, Ozeanen und Wolken. Doch vor Milliarden von Jahren heizt sich die Atmosphäre plötzlich auf. Vulkane setzen Kohlendioxid frei. Ein Teufelskreis kommt in Gang. Weil sich der Planet aufheizt, treten an der Oberfläche Gase aus. Die CO2-gesättigte Atmosphäre wirkt wie ein Treibhaus. Sonnenstrahlen treffen auf die Planetenoberfläche und werden als Wärmestrahlung reflektiert. Doch die kann durch die dichte Atmosphäre nicht entweichen. Der Treibhauseffekt nimmt gigantische Ausmaße an. Heute liegt die Durchschnittstemperatur auf der Venus bei gut 460 Grad. Auch die Atmosphäre ist äußerst lebensfeindlich. Der Luftdruck ist mit rund 90 Bar fast 100 Mal höher als auf der Erde. Ein Astronaut fühlt sich auf der Venus wie ein Taucher in 900 Meter Tiefe. Ich will herausfinden, was das bedeutet. In dieser Fabrikhalle entstehen Systeme für das Tiefseetauchen. Diese Leute wissen, wie man Menschen vor hohem Druck schützt. Und sie können den Luftdruck simulieren, der auf der Venus herrscht. Für einen Menschen wäre dieses Experiment viel zu gefährlich. Diese Styroporbecher müssen als Versuchskaninchen herhalten. In diesem Experiment simulieren wir den Luftdruck, der an der Oberfläche der Venus herrscht. Dort würde eine gewaltige Kraft auf den menschlichen Körper wirken. Jim, ich brauche dich. Jim McNaughton hilft mir dabei, den Druck in diesem Tank auf Venus-Niveau zu bringen. Ich hätte gerne 103 Bar. Kein Problem. Möchten Sie dieser Kraft ausgesetzt sein? Niemals. Vier Stunden lang waren die Becher dem Druck der Venus-Atmosphäre ausgesetzt. Mal sehen. Oh, mein Gott. Was ist das denn? Eine Miniaturversion. Sogar die Schrift ist geschrumpft und ganz dunkel. Nicht zu fassen. Auf einem Venus-Astronauten würde der Druck von sechs Schulbussen lasten. Die sind total zusammengepresst. Wie würde dieser Druck wohl auf menschliches Gewebe wirken? Die Astronauten meiner Venus-Mission müssen gut geschützt werden. Dieser Anzug verträgt so viel Druck wie der Rumpf eines U-Boots. Er könnte die richtige Wahl sein. Probieren geht über Studieren. Ich will ihn testen. Dazu muss ich wissen, wie er funktioniert. So ein Tauchsystem ermöglicht, in sehr großer Wassertiefe zu arbeiten, ohne äußerem Druck ausgesetzt zu sein. Weil der Anzug den Druck aufnimmt, der auf der Person lastet. Genau. Und diese Gelenke lassen sich ganz leicht bewegen. Ein Aufenthalt auf der Venus entspricht in puncto Druck einem Tauchgang in 900 Meter Tiefe. Hier ist ein Druckmesser und die zweite Sauerstoffkontrolle. Im Anzug spüre ich den äußeren Druck nicht. Aber wie kann ich mich damit bewegen? Geht das mit den Propellern? Die steuert man mit den Füßen. Mal sehen, wie fit sie sind. Hilft Schlagzeug spielen? Sicher. Im Anzug herrscht ein Druck wie auf der Erde. Bevor ich abtauchen kann, muss der Helm wasserdicht abgeschlossen werden. Machen wir ihn zu! Ein Glück, dass ich keine Platzangst habe. Alles ist so schwer. Ich versuche mal den rechten Arm anzuheben. Mehr geht nicht. Blöde Warterei. Ich will da rein. Jetzt wird's kritisch. Luft anhalten. Aber das bringt auch nichts. Abtauchen. Hübsch, wie in einem Goldfischglas. Jetzt kann ich den Arm heben. Was für eine verrückte Erfahrung. Das sind meine neuen Finger, meine Hände. In diesem Anzug kann mir die Atmosphäre auf der Venus nichts anhaben. Ich habe gar nicht das Gefühl, unter Wasser zu sein. Aber die Bewegungen fallen mir so schwer, wie es aussieht. Der Anzug ist genau die Rüstung, die ein Astronaut auf der Venus benötigt. Ich komme runter. Gefällt mir. Diese Erfahrung war einmalig. Richtig toll wird es, wenn man ein Gefühl für die Steuerung bekommt und quasi das Fliegen lernt. Ein tolles Gefühl. Vor der Hitze auf der Venus schützt der Anzug nicht. Aber er ist ein guter Anfang für meine Mission. Der 120. Tag. 40 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Eintritt in die Atmosphäre der Venus. Die bemannte Kapsel taucht in dichte Kohlendioxidwolken ein. Mit 40.000 Kilometern pro Stunde nähert sich die Mission dem Planeten. 80 Kilometer sind es bis zur brodelnden Oberfläche. Die Astronauten sind sicher. Noch. Eine bemannte Mission zur Venus. Geht das wirklich? Gegen den extremen Druck der Atmosphäre kann man sich schützen. Aber was hilft das, wenn die Durchschnittstemperatur bei etwa 460 Grad Celsius liegt? Der Wissenschaftler und Science-Fiction-Autor Jeff Lendis kennt angeblich eine Lösung für dieses Problem. Die Temperatur in der Atmosphäre nimmt ab, je höher man aufsteigt. Es gibt Regionen, in denen der Luftdruck in etwa so ist wie auf der Erde. Und auch die Temperaturen sind mit denen auf der Erde vergleichbar. In 50 bis 55 Kilometern Höhe befindet man sich in einer erdähnlichen Umgebung. Der NASA-Wissenschaftler schlägt eine Besiedlung der Venus vor. Nicht am Boden, sondern in der Luft. Aber wie sähe das Leben 50 Kilometer über der Venus aus? Die Venus hat eine Kohlendioxid-Atmosphäre. Dieses Gas ist 50 Mal so dicht wie Luft. Die Luft in unserer Atmosphäre würde auf der Venus aufsteigen. Ein mit Luft gefüllter Ballon würde dort also schweben und die Luft stünde gleichzeitig für die Atmung zur Verfügung. Jeff führt mir dieses Luftschiff vor. Etwas ähnliches könnte aus seiner Sicht auch bei einer bemannten Mission zur Venus zum Einsatz kommen. Mit einem entscheidenden Unterschied. Auf der Venus würde dieses Ding auch fliegen, wenn es mit Luft gefüllt wäre. Genau. Mit so einem Luftschiff könnte man dort fliegen. Auch wenn die Hülle mit Luft statt mit Helium gefüllt wäre. Das wäre kein Problem. Unsere Astronauten würden aber nicht in der kleinen Gondel reisen, sondern in der großen Hülle. Eine schwebende Weltraumkolonie, gefüllt mit Atemluft, 50 Kilometer über der Venus. Ein verrückter Vorschlag. Ließe er sich in die Tat umsetzen? Jeff und ich bereiten ein Experiment vor. Zuerst simulieren wir die dichte Atmosphäre der Venus. Das ist eine dünne Folie. Den Tisch haben wir umgedreht draufgelegt, die Folie an den Tischbeinen befestigt und so einen Behälter hergestellt. Den füllen wir mit einem schweren Gas. Und das ist die Atmosphäre der Venus. Damit ein Ballon fliegen kann, muss das Gas in seiner Hülle leichter sein als die ihn umgebende Atmosphäre. Auf der Venus erfüllt die Luft, die wir atmen, genau diese Bedingung. Sie ist leichter als die CO2-gesättigte Atmosphäre. Dort steigt ein mit Luft gefüllter Ballon auf und schwebt. Faszinierend. Das schwere Gas sieht man nicht. Wenn ich den Ballon runterdrücke, verdränge ich das Gas. Und es drückt ihn zurück. Damit haben wir eine Hypothese von Jeffs Vorschlag überprüft. Der luftgefüllte Ballon schwebt in der Atmosphäre. Die andere besagt, man kann in so einem Ballon leben. Auch die will ich überprüfen. Bring uns mal die Maus. Bei unserem kleinen Tierversuch wird sicher niemand zu Schaden kommen. Ausgeatmete Luft enthält immer noch viel Sauerstoff und Stickstoff. Sehr bequem sieht es nicht aus. Für die Maus ist es klasse. Wie fühlt sie sich wohl? Nervös. Sieht gar nicht so aus. Der erste Weltraumpionier in unserer Kolonie. Die ist nichts Besonderes, sie enthält normale Luft. Das ist Science Fiction. Die Astronautenmaus schwebt in der Atmosphäre der Venus. Ziemlich cool. Das kleine Experiment untermauert eine große Erkenntnis. Man kann in einem luftgefüllten Ballon überleben, der in der Atmosphäre der Venus schwebt. Meine Weltraumpioniere können sich freuen. Jeffs Ideen gehen aber noch weiter. Er kann sich mehr vorstellen als einen einzelnen Ballon. Langfristig sind ganze Städte denkbar, die über der Venus schweben. Das ist eine hervorragende Umgebung. Warum nicht? Wollte man so ein Projekt verwirklichen, müsste die schwebende Stadt in genau der richtigen Höhe positioniert werden. Etwas zu tief und die dichte Atmosphäre würde sie zerquetschen. Die Kapsel befindet sich im freien Fall. Einer der Astronauten behält den Höhenmesser genau im Auge. Das Schicksal der Mission liegt in seiner Hand. Nach einem 43 Sekunden langen freien Fall durch die Atmosphäre entfaltet sich der künstliche Lebensraum. Die Astronauten können ihr schwebendes Heim beziehen. Auf der Venus ist es so heiß, dass Metall schmilzt. Und der Druck würde alles zum Bersten bringen. In 50 Kilometer Höhe sind die Temperaturen und der Luftdruck dagegen ähnlich wie auf der Erde. Gemütlich ist es da oben trotzdem nicht. Das Hauptproblem ist die Schwefelsäure. Schwefelsäure kommt in der Atmosphäre der Venus in dichten Wolken vor. Auch gegen diese Substanz müsste eine Weltraumkolonie geschützt sein. Jeff Hall weiß vielleicht, wie das geht. Er beschäftigt sich bei der NASA mit Möglichkeiten, einen mit Robotern bemannten Ballon zur Venus zu bringen. Dafür muss er eine Ballonhülle herstellen, die der ätzendsten Atmosphäre im gesamten Sonnensystem standhalten kann. Das ist ein Hightech-Stoff, oder? Das ist eine Spezialanfertigung. Er besteht aus vier geklebten Schichten. Die glänzende Fläche ist mit Teflon überzogen, um der Säure standzuhalten. Das Metall reflektiert das Sonnenlicht, damit der Ballon nicht zu heiß wird. Wie verhält sich dieses Material im Vergleich zu gewöhnlicher Fallschirmseide? Wir haben ein Stück von unserem Material und ein Nylonstück, aus dem Fallschirme hergestellt werden. Das ist die Säure? In 85-prozentiger Konzentration. Das entspricht dem vermuteten Vorkommen in den Venus-Volken. Mit ihrem Material scheint nichts zu passieren, aber das andere Stück verliert seine Farbe. Die Säure brennt sich durch. Erschreckend, wie schnell die Säure das Nylon zersetzt. Herkömmliche Ballons würden der Atmosphäre der Venus nicht lange standhalten. Genauso wenig wie Menschen. Wäre die Haut eines Astronauten der Atmosphäre der Venus und damit einer so hohen Säurekonzentration ausgesetzt, was würde dann passieren? Etwas ähnliches. Die Haut würde verbrennen, genauso wie der Nalonstoff. Sie wird weggefressen. Dem NASA-Material kann die hochkonzentrierte Säure dagegen nichts anhaben. Damit wäre eine Venus-Mission möglich. Die Wissenschaftler um Jeff gehen in ihrer Forschung noch weiter. Es existiert schon ein fertiger Ballon. Das ist unser Testlabor. Wir sind stolz auf den Ballon. Das ist ein Venus-Ballon in Originalgröße. Darf ich? Klar. Dieser Ballon soll in der Venus-Atmosphäre stationiert werden. In exakt der Höhe, die ich für meine Weltraumstation bestimmt habe. Er soll in der Wolkenschicht in etwa 55 Kilometern Höhe fliegen. Die Bedingungen in dieser Region der Venus-Atmosphäre spüre ich hier und jetzt, in einem Testlabor der NASA. Die Temperatur ist in etwa gleich und der Luftdruck ist so wie auf der Erde. Es gibt einen großen Unterschied zwischen meiner schwebenden Weltraumstation und diesem Ballon. Die Nutzlast soll unten dranhängen und nicht im Ballon transportiert werden. Doch das Beispiel zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und ich erfahre immer mehr, wie das Leben 50 Kilometer über der Venus aussehen würde. Wie schnell wäre er da oben? Er würde den Planeten in vier bis fünf Tagen umrunden. Es wäre also denkbar, eine Weltraumstation in der Venus-Atmosphäre aufzubauen. Doch für die dort stationierten Astronauten wäre das nicht das Ende ihrer Mission. Sie sollen auch die Planetenoberfläche erforschen. Seit seiner Kindheit träumt David Grinspoon davon, zur Venus zu reisen. Mein Leben lang beschäftige ich mich mit anderen Umweltbedingungen. Und wenn das Überleben darin vorstellbar wäre, würde ich es wagen. Und das, obwohl sich David wie kaum ein anderer über die Risiken im Klaren ist. Es gibt einige Berichte über merkwürdige Vorkommnisse in der Atmosphäre. Im August 1978 startet eine Atlas-Rakete auf dem Weltraumbahnhof in Cape Canaveral, Florida. Im Rahmen der Pioneer Venus-Mission erreicht sie am 16. November eine Umlaufbahn um die Venus, von der sie Sonden in die Atmosphäre des Planeten herablässt. Zunächst läuft alles nach Plan. Doch dann, in etwa 12 Kilometer Höhe, treten bei allen vier Sonden Spannungsspitzen auf. Erst Augenblicke später empfängt die Bodenstation wieder Signale. Was war passiert? Vielleicht ist es an der Außenhülle der Sonden zu einer elektrischen Entladung gekommen, die Funken verursacht hat. Manche vermuten sogar, dass es in dieser Höhe eine Schicht in der Atmosphäre mit einer besonderen chemischen Zusammensetzung gibt. Bis heute ist nicht aufgeklärt, was genau in zwölf Kilometern Höhe geschehen ist. Es gab Arbeitsgruppen, die keine Erkenntnisse gebracht haben. Sollte in einer zukünftigen Mission die Oberfläche der Venus erkundet werden, muss man dieses Phänomen berücksichtigen. Schließlich soll niemand durch die zwölf Kilometer Anomalie ums Leben kommen. In der Raumstation bereiten sich die Astronauten auf den ersten Flug zur Oberfläche der Venus vor. Es ist ein Sturz in die Hölle. Auf den Planeten ist es 460 Grad heiß. Der Atmosphärendruck beträgt rund 90 Bar. Doch die Astronauten scheinen nicht die ersten Besucher zu sein. Der nächste Abschnitt der Mission ist der gefährlichste. Ich möchte herausfinden, was die Astronauten erwartet, wenn sie ihre Station verlassen, um den Planeten zu untersuchen. Die Bedingungen auf der Venus sind äußerst extrem. Wer käme da auf die Idee, ein Raumschiff zu diesem Planeten zu schicken, aber tatsächlich sind schon Sonden auf der Venus gelandet. Seit den 1960ern hat es rund 40 Venus-Missionen gegeben, bei denen immer wieder Sonden zur Planetenoberfläche geschickt wurden. Die Erfahrungen, die dabei gemacht wurden, sind für mich von unschätzbarem Wert. In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war Viktor Kasanovic an den sowjetischen Venera-Missionen beteiligt. Kaum jemand kennt die Venus so gut wie er. Der Flug dauert nur vier Monate, dann erreicht man die Atmosphäre. Die Venus ist etwa so groß wie die Erde und hat dieselbe Masse. 16 Sonden haben die Sowjets im Rahmen des Venera-Programms zur Venus geschickt. Sie mussten dem enormen Druck der Atmosphäre standhalten und waren wegen der hohen Säurekonzentration aus Titan gefertigt. Beim Sinkflug steigt die Temperatur um 8 bis 10 Grad pro Kilometer. Auf der Oberfläche sind es dann 460 Grad. Venera 9 war die erste Sonde, die von der Venus-Oberfläche Daten gesandt hat. Diese Fotos entstanden während der Mission. Allerdings brach der Datenstrom bald ab. Nach 53 Minuten hatte die Hitze die Elektronik der Sonde zerstört. Viktor und seine Kollegen haben gezeigt, die Landung auf der Venus-Oberfläche ist prinzipiell möglich. Doch die Oberfläche ist nicht überall für eine solche Mission geeignet. Ein möglicher Landeplatz muss sorgfältig ausgesucht werden. Die Venus ist so groß wie die Erde, hat aber viel mehr Landfläche. Die Erde ist zu großen Teilen von Ozeanen bedeckt, die es auf der Venus nicht gibt. Eine dichte Wolkendecke verschließt den Blick auf die Oberfläche des Planeten. Doch es gibt eine Möglichkeit, wie sich diese Wolkendecke durchdringen lässt. Fast die gesamte Oberfläche wurde während der Magellan-Mission mit einem Radar kartografiert. Wir kennen also die Struktur in einer Auflösung von der Größe eines Fußballfeldes. Die Magellan-Sonde hat die Venus vier Jahre lang umrundet. Ihre Radarbilder zeigen eine zerklüftete Oberfläche aus Bergen, Vulkanen und Lavaflüssen. Eine Region scheint als Landeplatz für eine Venus-Mission besonders geeignet. Wenn ich auf der Venus eine dauerhafte Station einrichten sollte, dann würde ich die höchste Erhebung wählen, weil es dort am kältesten ist. Wirklich kalt ist es nirgendwo auf der Venus. Doch auf den fast 11.000 Meter hohen Maxwell-Bergen, David Grinspoons Vorschlag für den Ort einer Venus-Kolonie, ist es mit Durchschnittstemperaturen von ca. 380 Grad deutlich kühler als anderswo auf dem Planeten. Zudem bietet der Gebirgszug spektakuläre Aussichten. Die Landschaft auf der Venus ist von extremer vulkanischer Aktivität geprägt. Das ist typisch für den Planeten. Nirgendwo sonst im Sonnensystem gibt es einen Planeten mit so vielen und hohen Vulkanen. Mart Mons ist mit mehr als 8000 Metern der höchste und gefährlichste. Soweit wir wissen, sind die meisten Vulkane aktiv. Der Planet steht förmlich unter Strom. Wahrscheinlich gibt es dauernd Vulkanausbrüche mit Lavaströmen und Erdbeben, beziehungsweise Venusbeben. Geologisch ist das ein sehr aktiver Planet. Über Hunderte von Kilometern spürt man die Auswirkungen eines Vulkanausbruchs auf der Erde. Nicht anders ist es auf der Venus. Es gibt sicher Ausbrüche mit Lavaströmen, wie man sie von Hawaii kennt, aber auch regelrechte Explosionen, bei denen ganze Gebirgsteile weggesprengt werden. Bislang scheinen die Bedingungen, die auf der Venus herrschen, meine Mission nur zu erschweren. Aber die dichte Atmosphäre hat auch einige Eigenschaften, die sich positiv auswirken. Möglicherweise könnten Astronauten ein Antriebssystem nutzen, das nur unter diesen Bedingungen funktioniert. Gute Nachrichten! Im Strahl-Antriebslabor der NASA arbeitet man seit einiger Zeit an einem System, mit dem man sich in den tieferen Regionen der Venus-Atmosphäre fortbewegen könnte. Hallo Tibor! Hi! Schön, dich zu treffen! Tibor Barlind entwickelt einen Venus-Explorer. Mit diesem Vehikel könnten meine Astronauten von ihrer Raumstation zur Planetenoberfläche und zurückschweben. Sobald man in die Atmosphäre eintaucht und zur Oberfläche sinkt, füllt sich dieser Balk mit einem Gas. Das ist wie ein Akkordeon. Als Gas kommt Helium zum Einsatz. Helium ist leichter als Kohlendioxid und deshalb kann man damit über der Oberfläche schweben. Das ist also ein aufblasbarer Helium-Ballon, mit dem man schwebt. Meine Astronauten würden an diesen Ballons hängen. Um aufzusteigen, würde sich der Balk entfalten. Aber anders als herkömmliche Ballons kann sich der Balk auch wieder zusammenziehen. Die Astronauten schweben dann wieder zur Oberfläche. Das lässt sich beliebig oft wiederholen. Aber kann dieses System wirklich einen Menschen tragen? Hiermit kann man leichte Objekte bewegen, im Kilogramm-Bereich. Wie groß müsste das sein, um einen Menschen anzuheben? Wenn man den Durchmesser von einem halben Meter auf einen erhöht und den Balk sechs Meter lang macht, dann kann er 150 Kilogramm tragen. Das würde völlig genügen, um mich in meinem Schutzanzug anzuheben. Wie sieht er ausgefahren aus? Etwa wie eine lange Zigarre. Hier drüben kann man ein Beispiel sehen. So sieht das aus. Wir haben damit Hitzetests durchgeführt. Deswegen ist die Farbe bei diesem anders als beim vorherigen. Der war in einem Ofen? 90 Tage können Tibors Metallbalge den Venus-Temperaturen trotzen. Doch der Mensch ist weitaus anfälliger für die unwirtlichen Bedingungen als das Material. In den Schutzanzügen halten sie dem enormen Druck stand. Aber ich muss mir eine Kühlung überlegen. Tom Bradshaw könnte mir weiterhelfen. Er hat ein Niedrigenergie-Kühlsystem entwickelt. Es basiert auf einer 200 Jahre alten Technologie, dem Stirling-Motor. Das ist eine Kühlung? Genau. Das System basiert darauf, dass sich Luft in einem Kolben ausdehnt und wieder zusammengepresst wird. Da drin ist ein Kolben, der die Luft von einem Ende dieser Röhre zum anderen bewegt. Um so einen Elektromotor auf der Venus zu betreiben, würde Tom Radionuklid-Batterien verwenden. In diesem Teil befindet sich ein Kolben und in diesem. Und die bewegen sich rauf und runter. Hier passiert das 40 Mal pro Sekunde. Gas erhitzt sich, wenn es zusammengepresst wird. Wenn es sich ausdehnt, kühlt es ab. Man kann fühlen, wie kalt es ist. Sehr kalt. Es geht runter auf minus 200 Grad. Wie könnte man das in einen Raumanzug integrieren? Im Anzug müsste eine Kühlflüssigkeit zirkulieren. Und die läuft an diesem kalten Stab vorbei. Der kalte Kolben befinde sich im Anzug, der heiße dagegen außerhalb und würde die Umgebungsluft wie ein Gebläse vom Anzug fernhalten. Okay, tell me when my feet get wet. Dafür müsste der Kolben aber heißer sein als die Temperatur auf der Venus. Tom glaubt, dass das möglich ist. Das Gerät müsste sehr leistungsstark sein. Sie könnten eine leichtere Version davon herstellen, die mich auf der Venus kühl hält? Klasse. Die Astronauten haben sich dem Vulkan Mart Mons bis auf 100 Meter genähert. Dann plötzlich. Lava schießt 100 Meter in die Höhe. Der Vulkan bricht aus. Die Astronauten flüchten zu ihrer Basisstation. Nicht alle schaffen es. Die Venus fordert ihr erstes Opfer. Vulkanausbrüche sind nur eine der Gefahren während einer Venus-Mission. Eines der merkwürdigsten Phänomene auf der Venus ist der Aggregatzustand des Kohlendioxids. Es ist weder gasförmig noch flüssig, sondern überkritisch. In dieser merkwürdigen Form kommt CO2 auf der Venus vor. Einen überkritischen Zustand erreicht Kohlendioxid, wenn der Luftdruck mehr als 73,75 bar beträgt. In diesem Gefäß mit zentimeterdicken Glaswänden kann man die nötigen Bedingungen herstellen. So lassen sich die Eigenschaften von überkritischem Kohlendioxid im Labor untersuchen. Das CO2 kann unter anderem feste Körper durchdringen, zum Beispiel Gummi. Was das bedeutet, untersuchen wir an diesem Gummiband. Aus ähnlichem Material werden Raumanzüge gefertigt. Anschließend strömt Kohlendioxid in das Gefäß. Die Temperatur und der Druck werden eingestellt und das überkritische CO2 dringt in das Band ein. Wenn der Druck wieder auf einen Normalwert fällt, bleibt das CO2 im Gummiband. Es dehnt sich aus. Es gibt Anwendungen, bei denen überkritisches CO2 zum Einsatz kommt. Aber eins ist klar. Herkömmliche Raumanzüge sind für Venus-Missionen denkbar schlecht geeignet. Bewohner einer Venus-Kolonie, die 50 Kilometer über der Planetenoberfläche schwebt, wären von solchen Gefahren nicht bedroht. Aber sie müssten mit anderen rechnen. Über eine Besonderheit der Venus-Atmosphäre haben wir noch nicht gesprochen. Wetterbedingungen, die zu den extremsten im gesamten Sonnensystem gehören. Bei einer Venus-Mission mit einem Ballon, der in der Atmosphäre schwebt, muss man die extrem starken Winde berücksichtigen. Peter Reed erforscht die Venus-Winde. Er versucht, solche gefährlichen Stürme zu simulieren. Die heiße Luft und die extrem starken Winde in den höheren Schichten der Atmosphäre produzieren solche Wirbel. Sie erinnern an Hurricanes. Allerdings erreichen sie auf der Venus seine Ausdehnung von mehr als 11.000 Kilometern. Wir simulieren das mit diesem Ring, der die Flüssigkeit in einen polaren Strudel bringt. Mit einer Kamera über der Versuchsanordnung dokumentiert Peter sein Experiment. Die Atmosphäre bewegt sich wie auf einer Umlaufbahn um den Planeten. Der Rand des Tanks markiert den Äquator und die Mitte den Pol. So sieht das Wetter auf der Venus von oben, über dem Pol betrachtet aus. Man erkennt, dass die Teilchen sich nicht genau wie der Ring bewegen. Sie beschreiben fast eine elliptische Bahn. Diese ovale Struktur ist typisch für das, was auf der Venus passiert. Der Wirbel über dem Venuspol hat einige merkwürdige Eigenschaften. Entdeckt wurde er schon in den 1970er Jahren. Die neuesten Fotos stammen von der europäischen Venus-Express-Mission. Die Daten der Sonde zeigen ein Zentrum über dem Pol. Aber die Auswertung hat ergeben, dass es sich dabei um zwei Wirbel handelt, die um den Pol kreisen. Demnach kreisen also zwei gewaltige Wirbelstürme permanent über dem Südpol der Venus. Die Atmosphäre der Venus hat in höheren Schichten einige Gemeinsamkeiten mit der der Erde. Doch diese gewaltigen Stürme stellen jedes Unwetter auf unserem Planeten in den Schatten. Ein Sturm ist aufgezogen. Die Astronauten werden zum Spielball der Winde. Sie müssen ihre Raumstation erreichen. Schnell! Die Venus ist ein Planet mit vielen Überraschungen. Ein gemütliches Plätzchen sucht man dort ganz sicher vergeblich. Dennoch ist eine Besiedlung nicht völlig ausgeschlossen. Auch auf der Erde haben wir Regionen besiedelt, in denen man sich zuvor kein Leben vorstellen konnte. Zum Beispiel Las Vegas. Gekühlte Spezialanzüge könnten Astronauten vor den lebensfeindlichen Umweltbedingungen schützen. Auf manche Menschen übt der Planet eine besondere Faszination aus. Ich würde sofort hinfliegen. Ich habe so lange darüber nachgedacht, was mich dort erwarten würde. Natürlich möchte man dann herausfinden, ob man mit seinen Vermutungen richtig lag. Auf den ersten Blick scheint die Venus unbewohnbar. Es überrascht deshalb umso mehr, dass Wissenschaftler eine Besiedlung für möglich halten. Als Physiker sage ich, warum nicht? Man könnte ganze Städte in der Atmosphäre der Venus schweben lassen. Es gäbe dort alle Ressourcen, die für das Überleben notwendig wären, und eine wunderbare Umwelt. In vielerlei Hinsicht ist es die erdähnigste Umwelt im Sonnensystem. Städte, die in den Wolken schweben, wären demnach keine bloße Fiktion, die den Erkenntnissen der Wissenschaft nicht standhält. Guck dir das an! Wie winzig! Das ist Luft. Er schwebt über der Venus. Rechts! Hilfe! Etwas hoch! Nee, runter! Etwas hoch! Nach vorne! Auf!